Labern wir nicht so lange rum und gehen ins Eingemann. Also wie gesagt, 28.06. war die eine der ersten Reaktionen, die wir gehabt hatten auf Chainsaw Man damals. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, war sehr, sehr geil. Mappa haut hier raus, vor drei Stunden eine Million Aufrufe mittlerweile erreicht. Ich habe immer noch Bock auf Chainsaw Man. Wir wissen auch jetzt confirmed, dass Chainsaw Man zwölf Episoden bekommen wird. Ich denke mal nicht, dass die alle Manga Chapter in diesen zwölf Folgen adaptieren können. Ich denke, die werden den ersten Arc einfach abschließen. Ich denke, das Pacing wird trotzdem extrem schnell sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eben dann Staffel 2 machen oder das einfach anders nennen und Chainsaw Man ein bisschen länger bringen wollen. Weil der Chainsaw Man Manga läuft ja auch weiter, den möchte man ja auch pushen. Deswegen denke ich mal, hier möchte man sich ein bisschen Zeit nehmen mit Chainsaw Man. Ich glaube auch für die Anime-Produktion ist es sehr healthy, dass wir zwölf Folgen haben. Dazu haben wir auch nochmal die Information bekommen, dass eben Chainsaw Man jede Folge, wie ich das verstanden habe, ein neues Ending haben soll von verschiedenen Artists. Zum Beispiel haben wir die Legende Himself. Also ein Ending. Wir gehen gleich in den Trailer rein. Ein Ending ist von dem hier. Eve, ihr wisst es. Der gute alte Lava-Eimer ist auch am Start. Irgendein Ending wird diese gute Dame hier machen. Und ihr wisst, ich habe das geliebt. Ich weiß nicht, wie das sein soll. Jede Folge neues Ending. Das hat der Kago ist ja mal ein bisschen ähnlich gemacht. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja gesagt. Leute, ich sage es immer wieder. Chainsaw Man wird Anime-Revolutionation revolutionieren. Es wird passieren. Zu 100 Prozent. Wie das genau sein wird, werden wir sehen. Aber ich würde sagen, schnacken wir nicht allzu viel. Und gehen mal rein in diesen Kettensägen-Mann-Trailer. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nichts gesehen. Voice-Actor-Reveal auch an dieser Stelle, Freunde. Das wird sehr lecker werden. Er ist einfach diese andere Legenden-Stimme. Overhaul-San. Er hat ja Nanami hieß er, glaube ich, aus Shizu Kaisen. Und ganz, ganz, ganz viele andere gesprochen. Also der Typ ist absolut, absolut goated. Der ist crazy, man. Kenji Rutsura. Kenji Rutsura. Absolut kranker Typ. Ich weiß, es nervt euch wieder. Aber habt ihr gerade wieder die Musik-Entrance geahnt? Bitte, bitte. Ich möchte, dass wir das mehr appreciaten im Anime-Community. Achtet mal bitte auf diesen Musik-Drop. Ich liebe das, Junge. Welche Seite, Guys? Teufel oder Menschen? Oh, ey. Ich habe so ein Devilman Crybaby bei der Musik. Merkt ihr, wie sich das so langsam aufbaut? Oh, man, das Spot ist hier. Er klickt den Punch-Up. Sasuke ist auch im Start. Die Stimme von Kobini hieß die, glaube ich, sehr, sehr passend. Sehr, sehr geil. Ich glaube, Power wurde auch von Dings gesprochen, von Ai-Faeros oder wie die hieß, die, glaube ich, Jolie gesprochen hat aus Jojo Part 5. Die ist auch sehr talentiert. Ich meine auch Newcomerin einigermaßen. Die ist, wenn ich mich nicht irre, aber die ist sehr, sehr, sehr gut. Also, das wird auch sehr cool werden, auf jeden Fall. Die Tomate, Junge. Das Toast, oh mein Gott. Das Toastbrot into Honig. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das Toastbrot into den Honig gesehen? Oh mein Gott, wie knackig. Junge, Leute, bitte noch einmal. Guckt euch. Oh mein Gott. Habt ihr schon mal so spicy Honig gesehen? Alter. Bestes Anime ever. Alleine wegen der... Oh shit, man. Es ist einfach... Digga, Food Wars ist ein Haufen Sch***. Oh, das ist ein bisschen... Ja, auch so ein bisschen. Oh, merkt ihr ein bisschen diesen chilling-Vibe, ne? Diesen bisschen explodierenden Vibe, aber der chilling-Vibe. Digger, das sieht von Anfang bis Ende absolut top animiert aus. Selbst CGI-Szenen sind hier auf einem absoluten Top-Niveau aus. Das könnte wirklich alles, was wir an Animes mögen, nochmal verbessern und krasser machen, ne? Ey, wieso flexen... Bro, wieso flexen die so mit den Schuhen? Habt ihr das gerade geahnt? Wieso flexen die die ganze Zeit mit diesen Schuhen? Rang, Digga. Oh, da war der Sapper-Shot. Bro, I'm not ready for this, man. Ich bin nicht bereit für diesen Rollercoaster. Shit, man. Ey, das sieht clean aus, Guys. Lass uns doch mal kurz drüber schnacken. Also, habt ihr jemals... Also, ich hab lange nicht mehr so ein clean-Anime so gesehen. Also, ne? Es gab... Die Message, das kann ich nicht mehr rausgenommen. So jetzt, aber... Digga, das sieht clean aus, Bro. Das sieht clean aus. Das sieht anders aus. Das hat eine andere Vibe, eine andere Aufmachung. Bro, Chase-Man wird so wild, man. Wir sind ja wirklich in Golden Age von Anime, ne? Also, das ist ja absolut geisteskrank. Wir kriegen jedes Jahr mehrere Pop-Titeln. Ey, Leute. Es ist insane. Wie wir jedes Jahr immer wieder Top-Tit bekommen. Ich möchte nochmal daran erinnern. Anfang des Jahres... Guys. Anfang des Jahres kam Demon Slayer, ne? Das war noch dieses Jahr. Das war noch dieses Jahr. Wir essen verdammt nochmal gut. One Piece diesen Sonntag. Diesen Sonntag. Geistesgestört. I'm sorry, was du sagen. Das sieht aus wie Jutsu Kaisens Beleidigung für diese Chainsaw Man-Qualität. Übertreibbar nicht, Digga. Als wäre Jutsu Kaisen der letzte Dreck gewesen. Das war so gut, Jutsu Kaisen. Cyberpunk auch ein Banger. Der Out... Ja, Cyberpunk hat auch mein Herz gestohlen in ein paar Tagen. Cyberpunk hat mein Herz komplett gestohlen. Es ist nicht mehr lange. Es ist nicht mal ein Monat. Es sind, glaube ich, noch paar Wochen. Bis Anfang Oktober. Bis Chainsaw Man droppt. Ich glaube, das war der 12. Oktober. Also, naja, ein bisschen weniger als ein Monat. Ich bin gespannt, wie das droppen wird. Sehr gespannt. Also Leute, das war Chainsaw Man, der Trailer. Ich glaube, das wird Internet ein bisschen brechen. Ich bin ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur zwölf Folgen bekommen und nicht alles nacheinander bekommen. Aber ich glaube, das war auch ein kleiner Wunschtraum von uns Fans, zu denken, dass wir alles back-to-back bekommen. Ich freue mich auf die ganzen Staffeln, die kommen. Aber, ja, das wird cool. Das wird cool. Ich will auf jeden Fall Reaction zu dem ganzen. Schreibt mir eure Meinung. In die Kommentare, wie findet ihr Chainsaw Man? Seid ihr geil, als ihr nicht gehypt? Lasst doch noch oben da, als auch ein Abo auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.